hallo und herzlich willkommen bei mega caravan bei uns auf dem kanal in dingesbühl ja was haben wir heute auf dem programm heute möchte ich euch so ein bisschen was zeigen von unserer werkstatt da stehen wieder schöne zwei projekte da heute morgen haben wir schon bei zwei fahrzeugen akkus gewechselt also ihr seht es kann nicht immer alles verfilmen weil vieles geht natürlich kommt zwei stunden später raus also war wieder richtig action dann haben wir heute schon zwei anlagen solarmodule verbaut die weil ich euch kurz zeigen und zeigen was man den autos machen was wir da so ein bisschen ändern und natürlich möchte ich heute euch einen kleinen zwischenstand geben von unserem solar test wie der läuft was da sache ist und wenn euch das interessiert dann bleibt auf alle fälle dran weil da habe ich für mich schon so kleine überraschung festgestellt jetzt schon nach wenigen tagen also der läuft jetzt ja knapp ein monat und ist schon echt spannend also so ein solartest über 365 tage ich bin und bin gespannt was uns da im sommer erwartet aber ich kann jedenfalls schon sagen jetzt ist es schon echt ja was man da schon rauslesen kann echt interessant also wenn euch das interessiert bleibt auf alle fälle dran und wir machen uns mal auf den weg in die werkstatt und gucken mal ums eck was da alles heute so passiert ist ja wir sind hier in einem wunderschönen fahrzeug voll integrierten und von der firma ich muss jetzt gucken sun living glaube ich ist das und wir sind hier mal wieder an der elektrik dran wir haben hier zweimal 100 amperestunden agm akkus drin die bleiben auch erst einmal drin wir fangen hier erst einmal an mit einer solaranlage entsprechend und prüfen dementsprechend alles durch ob natürlich alles passt was ich jetzt schon wieder dabei gesehen habe ihr seht schon hier die klebebänder kann man so tun ist natürlich jetzt nicht wirklich so prügelnd aber ja das ist ja kann man so machen ist alles legitim wir ändern hier jetzt ein paar kleinigkeiten ab wir machen hier ein paar andere schutzkappen weil was mir aufgefallen ist was man gar nicht gefällt ist hier die seite da haben wir natürlich schon wieder das problem dass hier die ganzen pole raus gucken und das ist natürlich nicht schön das ist brandgefährlich also das gefällt mir gar nicht weiß auch nicht warum man das so macht da hat der ausschnitt nicht wirklich gereicht also da machen wir was anders drüber bevor da was schwerwiegendes passiert wir bauen hier eine solaranlage da haben wir hier eine masse verteiler hingesetzt schon mal damit wir da die kabel sauber auflegen können wir machen das nämlich ein bisserl anders dann bauen wir einen sauberen batterie computer ein damit man da die akkuzustände und auch das was rein und raus geht über einen booster und hier haben wir dann auch noch einen wechselrichter besser sehen kann damit man da mal ein bisschen besseren eindruck kriegt davon und darum verbauen wir das hier jetzt zeige ich euch mal auf dem dach das wird eine büttneranlage wo wir hier verbauen und hier haben wir dann entsprechend noch den computer da versetzt man einfach das thermostat hier rüber und hier setzt man dann sauber den computer rein dass das hier alles hand und fuß hat und sauber funktioniert wichtig ist natürlich wie immer bei die arbeiten schön sauber alles abkleben ganz wichtig auch hier immer wenn wir arbeiten an die kanten dementsprechend auch dem tisch an die kanten abkleben weil letztlich kommt mir doch einmal rein und hat was in der hand damit da eben nichts passiert damit da alles schön sauber bleibt wird da bei uns immer schön abgeklebt und dementsprechend darauf geachtet dass da nichts passiert so jetzt gehen wir mal aufs dach also ist schon tolles fahrzeug ihr seht es also echt sunlight nicht sun living schauen wir mal da hoch hier haben wir schon das erste modul hier haben ein modul und da vorne haben wir ein modul gemacht warum haben wir die so weit voneinander entfernt gemacht ganz einfach wenn wir mal eine teilverschattung haben dann arbeitet ein modul natürlich noch voll zweiter wenn das halbe wohnmobil mal im schatten liegt wenn beide vorne liegen und der vorderste teil im schatten ist dann ist natürlich der ertrag etwas schlechter darum machen wir das dann auch hier dass man größere entfernung haben und somit wenn eine teilverschattung stattfindet dann auch ein modul noch voll arbeitet und richtig gut dabei ist das ist der grund und man kann natürlich auch noch erweitern wir haben hier noch platz wir haben davon noch platz also da kann man richtig gut was nachlegen wenn man das möchte dann haben wir hier einen betlefs stehen der kriegt auch ein bisschen was da haben wir schon einiges umgerüstet ihr seht hier ist ein wechselrichter drin der war hier an der wand festgeschraubt das hat uns natürlich nicht so gut gefallen darum bauen wir den jetzt hier in dieses fach mit ein hier kommt eine 160er bulldron rein die wird hingelegt die schön klein wollte der kunde so dann kriegt er das was er will auch hier haben wir wieder einen masseteiler weil ihr seht schon wie viel kabel dass da wieder dran sind und dass man da entsprechend die ganzen masse verteilungen sauber auflegen kann machen wir da immer so schöne verteiler drauf hier haben wir unseren wcs ladebooster der kriegt dann natürlich von außen noch einen druckknopf damit er sauber funktioniert und dann haben wir hier auch noch eine solaranlage aufgebaut da können wir auch mal reingucken und der solar regler den haben wir hier schon rups jawohl der ist hier schon montiert und dann schauen wir kurz noch hoch zu die platten jetzt muss ich bloß mal schnell nach der leider gucken ja ihr seht hier haben wir die zwei module nebeneinander gemacht weil natürlich das wohnmobil wesentlich kürzer ist und ich hinten auch gar keinen platz mehr hatte also machen wir die natürlich hier sauber nebeneinander da haben wir die module drauf gemacht zweimal hochvolt von wcs also da passiert auch richtig was da kommt richtig was runter und weil wir jetzt schon so viel solar sehen weil jetzt drehe ich mich mal um hier haben wir ja auch zack zack also nicht wundern hier sind wir am dach reinigen hier haben wir ja auch zweimal solarplatten drauf gemacht möchte ich euch gleich mal so bissl die ergebnisse zeigen und was unser solartest denn bevor wir allerdings zum solartest kommen habe ich hier noch zwei schöne kleinigkeiten die ich euch vorstellen möchte ihr wisst ja wir verbauen immer plus verteiler und masse verteiler die verbauen wir jetzt eigens kreativ kreiert was ist heute los montag mit unserem logo drauf wir haben jetzt unsere eigenen masse verteiler und plus verteiler schauen richtig schön aus sind uns gut gelungen wir haben ein paar details noch verändert wo uns bei den anderen immer ein wenig gestört hat natürlich genauso mit 300 ampere was die aushalten was mich bei den anderen immer gestört hat war hier in der mitte der stech und auch die aussparung da mussten wir immer nachschneiden weil wenn man mit dicke fettkabel da durchgeht dann war das immer so ein bisschen problematisch hier habe ich mehr luft innen zum ausschneiden ist anders verstrebt und hält auch richtig massiv was aus und daher sind die für mich ein bisschen praktischer von der montage her und die haben wir ab sofort in unserem programm da sind die zwei muster stücke ich denke dass ab ja ich denke nächste woche werden die erste lieferung kommen und dann können wir unsere eigenen solar halter katsch solar halter masse verteiler und plus verteiler verbauen und da sind wir auch schon ein bisschen stolz drauf das finde ich schon richtig schöne sache rot natürlich für plus schwarz für minus richtig geil da bin ich richtig ja schon ein bisschen stolz drauf also gefällt mir schon echt cool muss ich sagen so jetzt sind wir vor unserer excel tabelle mit unserem solartest ich hoffe es kommt einigermaßen rüber und ihr könnt könnt einigermaßen was erkennen ich habe die tabelle nur so ein bisschen überarbeitet also ihr kennt ja hier unsere erträge also wir haben einmal wattstunden das ganze in watt und v max also volt max hier haben wir die gesamtleistung in wattstunden hier die gesamtleistung in amperestunden damit wir einfach wissen und dann effektiven vergleich haben und hier habe ich noch einen vergleich ausgerechnet weil wir ja nicht gleiche zellen haben hier haben wir die wattstunden pro watt peak auf die platte ausgerechnet für mich eigentlich ein wichtiger indikator damit man halt auch so ein bisschen feststellen können mensch welche zelle schafft denn wirklich pro watt besser und welche ist effektiver und leute was soll ich sagen ich muss sagen ich bin nicht überrascht ich habe es ja irgendwo erwartet was da passiert weil hätte mich überrascht wenn es anders gewesen wäre aber von zwei platten bin ich schon ein bisschen erschrocken also ich fange jetzt so ein bisschen von oben ab an also ganz klarer sieger und das sieht man auch ist natürlich das 130 watt peak hochvolt modul von wcs hier haben wir nämlich und jetzt runtergerechnet auf pro watt peak haben wir hier 59 wattstunden bis jetzt gemacht in der summe in den tagen gesamt leistung muss ich gleich dazu sagen und das ist natürlich schon also hier haben wir 50 hier haben wir 55 also mit 59 sind wir schon glatter sieger also das finde ich schon richtig cool und wo ich so ein bisschen erschrocken bin ist diese hochgelobte back kontakt zelle von sunpower das original die in der gesamtleistung bis jetzt wirklich die schlechteste ist warum ist sie die schlechteste kann ich nicht ganz gut beantworten liegt vielleicht doch an der geringen voltzahl weiß ich nicht an was es genau liegt ich meine die schafft immer am meisten so mit 20 volt ihr seht 20 21 volt mehr kommt da nicht rum das höchste was er mal geschafft hat war 21 23 27 das war so das höchste der gefühle und an watt stunden war es höchste tagesleistung am 8 märz hat man 400 watt stunden mehr hat sie nicht runtergebracht ist schon ein bisschen enttäuschend für das dass sie eigentlich immer so hoch gelobt ist und bei vielen verbaut wird und immer wieder da spiele ich euch mal ein kleines szenario ein das habe ich nämlich auch entdeckt bei einem youtuber oder bei einem youtube filmchen da muss die so ein bisschen schmunzeln wenn beim viktron solar regler das blaue licht leuchtet ist es ein zeichen dass unsere platte gut arbeitet also ein bisschen quatsch nein es ist natürlich nicht das blaue licht heißt ja nur sie lädt aber es heißt ja nicht mit was sie lädt also wie viel lädt sie von dem her reicht halt nicht ganz aus wenn bloß das blaue licht leuchtet bei der wcs sehen wir natürlich hier schon ganz gravierende unterschiede also da lag die höchstleistung dann hier schon mal bei 490 kontinuierlich über 400 wenn wir es hier sehen also das ist schon echt gravierend 460 430 460 490 450 470 also bei so einem sonnentag da kommt schon echt was runter also ihr seht schon überraschend auch eine sehr gute platte ist natürlich die active war mit 125 watt die hat gleich hier wohl auf 55,58 wattstunden pro watt peak also auch tolle leistung insgesamt eine 6670 wattstunden erreicht also es ist schon auch eine ganz starke platte muss man ganz klar sagen aber sie ist halt doch zu der hochvolt nur ein bisschen negativ belastet also was heißt negativ sie ist halt ein bisschen schwächer enttäuscht bin ich von der black line büttner muss ich auch sagen bin ja ein bisschen enttäuscht wenn ich jetzt sage enttäuscht die liegen alle nah zusammen also sie liegt auch nicht schlecht aber sie ist halt trotzdem schlechter wie die zwei da ist sie schon ein bisschen weg sie hat 6.260 wattstunden erreicht schauen wir mal im laufe des jahres wann die ihre stärken ausspielt und wo ihre stärke liegt vielleicht kommt die ja noch im sommer dafür umso stärker werden wir sehen das ist ja auch nur jetzt mitte februar bis mitte märz also da werden wir mal sehen was da noch erreichbar ist und jetzt kommt so ein bisschen meine große überraschungsplatte hätte ich nie gedacht jws solarmodul habe ja kein hellhaus gemacht 80 90 euro bei amazon hat die platte kost 130 watt peak die hat echt glatte 6700 wattstunden gemacht also respekt liegt sogar auf augenhöhe mit der active fire aktuell obwohl sie ja ein bisschen weniger volt hat die arbeitet auch bloß ja 23 volt 22 9 21 aber die donnert richtig runter mit 130 watt peak also pro watt peak bedingt sie 55,83 wattstunden also liegt die echt mit gut im mittelfeld also ist schon erstaunlich also muss ich echt sagen auch da bin ich natürlich gespannt bei der platte wann sie ihre schwächen ausspielt weil irgendwo muss ja auch hier der preisunterschied liegen und natürlich kann es auch viel oder ist auch viel langlebigkeit verarbeitung und so weiter muss man mal gucken ich bin mal gespannt wie der solartest so weitergeht das war jetzt eine woche quatsch ein monat im prinzip 19.02 bis 13.03 und ja ich bin schon ein bisschen überrascht was man da so rauslesen kann und ihr seht schon wie effektiv so ein test ist und was dann wirklich wahr ist und die hochgelobte sunpower die ja echt in vielen tests und in vielen ja wie soll ich sagen in in auch von vielen werkstätten immer wieder gut angepriesen und verkauft wird langzeittest ist dann doch gar nicht so überraschend gut muss man wirklich sagen sondern da ist es schon um in der kurzen zeit von fast einem monat mit 1000 wattstunden hinten nach also wenn wir das mal umrechnen wollen 1000 wattstunden das sind gut und gern 100 amperestunden also wenn wir das mal rechnen 1000 geteilt durch 12,8 ja sind ja 78 80 amperestunden wo die hinten nach ist jetzt auf einen monat gerechnet und ich meine wenn man so eine solaranlage kauft investition weil ich war immer gefragt man muss das ja auch berechnen was was die kosten sind pro ertrag muss ich ganz klar sagen rentiert sich für mich jetzt schon auf alle fälle das wcs modul weil muss man auf zwölf monat hochrechnen da habe ich schon richtig richtig fett mehr ertrag wie die ich bei der sunpower oder bei der anderen habe also muss man gucken wie sich das aber noch weiterentwickelt wie gesagt kann man ja jetzt noch gar hupsala kann man ja jetzt noch gar nicht so viel sagen ist ja nur ein zwischenstand mal von einem monat und ich bin mega gespannt wie es hier weitergeht und ich bin jedenfalls schon mal riesig überrascht wie hier die ergebnisse liegen ja ich weiß nicht ob ihr genauso überrascht seid wie ich über den solartest aber ich habe schon gestaunt muss ich ganz ehrlich sagen wie sich die plattenverhältnisse so entwickeln bin mega überrascht also ich bin mal gespannt was da die nächsten monate nur rum kommt dabei und was man da aus dieser tabelle noch alles raus lesen können weil mit den daten kann man ja ganz viel noch machen und das wird ganz tolle geschichte und da freue ich mich schon richtig drauf ja ich hoffe das video hat euch gefallen ich möchte nochmals ganz ganz lieben dank sagen für die ganzen spenden die hier ankommen ich muss wirklich sagen ihr seid der hammer ihr seid echt spitze und natürlich blende ich wieder mein spendenkonto ein weil es wird ja immer bremslich ja es wird immer wichtiger das ist ganz ganz wichtig wir machen uns ende märz auf alle fälle auf den weg mit den ganzen spenden heute haben wir schon mietauto gestartet damit wir das auch alles schön verpacken können und ich nehme euch mal kurz auf die hand und zeige euch was hier alles ankommt also es ist wahnsinn meine frau hat heute schon wieder medikamenten vorgemacht ging auch schon wieder richtung ukraine mit spritzen und alles was das zeug hält danke 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 ganz tolle geschichte von euch echt mega ich möchte mich auch an der stelle ganz ganz herzlich bei der firma frankana noch mal bedanken die uns wirklich ganz ganz viel verbandsmaterial so sunny kästen zukommen haben lassen und das war echt richtig mega dafür auch ganz ganz lieben dank liebe frankana crew das hat uns unheimlich geholfen beziehungsweise halt den leuten unheimlich geholfen und natürlich auch die ganzen schlafsäcke und sachen wo ihr uns geben habt und gespendet habt super lieben dank und jetzt nehme ich euch mal kurz mal auf die hand und zeige euch was hier alles ankommt also es ist brutalst und phänomenal und mega geil was ihr alles leistet echt krass cool ihr seht den ganzen berg wir sortieren das alles sauber durch und dann geht es alles verpackt auf unseren transporter richtung ukraine und wenn ihr noch habt verbandsmaterial ganz ganz wichtig jeglicher form einfach zuschicken das wäre mega cool kümmer auf alle fälle weiterhin brauchen und ja ich sag immer wieder danke weil das ist ganz ganz wichtig das ist mir echt mittlerweile eine ganz große herzensangelegenheit ist üble geschichte und ich hoffe dass man da wenigstens so ein bisschen mithelfen können also in dem sinn sage ich alles gute bleibt gesund passt auf euch auf jetzt stelle ich euch wieder ganz kurz dahin passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten video natürlich ein kleines like freue ich mich genauso wie über ein abo und wir sehen uns ciao ciao